In diesem Video geht es um die besten Fahrradanhänger. Das Gütezeichen in dem Fahrradanhängertest geht an den TIGO 16. Der TIGO Fahrradanhänger ist ein vielseitiger und robuster Transporter. Er hat sich sehr bewährt und wurde mehr als 50.000 Mal getestet. Vielseitig im Einsatz vor allem für alle Hobbys, bei Gärtnern und Zeitungsverteilern geschätzt. XL Transportbox extra groß für zwei Bierkästen 63 x 42 x 28 cm. Er hat einen stabilen Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet und verfügt über eine leicht zu entfernende Transportbox aus schlagfestem, recycelbarem Kunststoff. Für alle Fahrräder zwischen 26 und 28 Zoll nutzbar. Maximale Geschwindigkeit 20 km pro Stunde. Im Überblick. Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen. Einfache Montage. Universale Kupplung inklusive. Abnehmbare Transportbox aus schlagfestem, recycelbarem Kunststoff. Abnehmbare, wasserabweisende Schutzplane. Lastenanhänger plus Handwagen 2 in 1. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die zweite Wahl ist der Juskis Fahrradanhänger. Der Fahrradanhänger besitzt ein stabiles Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Dadurch ist der Anhänger mit bis zu 80 kg belastbar. Die Pulverbeschichtung schützt das Metallgestell vor Korrosion und äußeren Einflüssen. Die 80 x 50 x 33 cm große Wanne aus Kunststoff hat ein Volumen von 90 Litern. Somit verfügt der Lastenanhänger über genügend Stauraum für ihre Utensilien. Die beiden 16 Zoll Räder mit Stahlfelge sorgen für beste Rollagentschaften. Somit kommen sie relativ schnell voran mit geringem Kraftaufwand. Dank der Autoventile füllen sie die Räder bei Bedarf zügig mit einer Luftpumpe oder an der nächsten Tankstelle wieder auf. Im Lieferumfang ist selbstverständlich auch eine Kupplung enthalten. Mit ihr ist der Fahrradanhänger schnell an ihrem Fahrrad angehängt. Die Anhängerkupplung passt an nahezu jedes Fahrrad mit 26 oder 28 Zoll und kann einfach an der Sattelstange montiert werden. Die lange Deichsel ist mit einem Griff zum Ziehen ausgestattet. Dies ermöglicht ihnen die bequeme Nutzung als Handwagen. An den Seiten, Speichen und am Heck sind insgesamt 10 Reflektoren verbaut. Das Sparprodukt in dem Fahrradanhänger-Test ist der Däuber Fahrradanhänger. Ob beim Einkaufen, die nächste Fahrradtour oder als Handwagen der Däuber Transportanhänger ist der ideale Anhänger für ihr Fahrrad. Mit einer Tragkraft von maximal 80 kg gewährleistet der Lastenanhänger optimale Stabilität und Sicherheit beim Fahren und vor allem beim Bremsvorgang. Die Handgriffe haben eine angenehme Höhe für das manuelle Ziehen. Der Stahlrohrrahmen ist pulverbeschichtet und schwarzmatt lackiert. Vier Speichenreflektoren, vier Seitenreflektoren und zwei Heckreflektoren sind am Handwagen angebracht. Der Anhänger ist mit einer Sicherheitsdrehkupplung ausgestattet. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.